Die nächste Eskalation beim AfD-Parteitag. Ein AfD-Abgeordneter hat einen Demonstranten gebissen in sein Bein. Wir gucken uns diese dramatische Situation genau an, warum das Ganze passiert ist. War es Notwehr oder war es ein Angriff? Wir gucken uns das an, wie gesagt, moin zusammen, ich bin Olli für kritischen Content, jetzt ein Abo dalassen. Und wir wissen um die Schwere der Situation, die gerade gestern in Essen schon stattgefunden hat, rund um den AfD-Parteitag und auch heute geht es offensichtlich drunter und drüber und Respekt an die 4000 Polizisten, die vor Ort sind. Und wir wissen mittlerweile auch, die Zahl zu gestern von elf verletzten Beamten, zwei davon schwer, weil sie Tritte ins Gesicht bekommen haben, als sie auf dem Boden lagen. Unfassbar, wie da mit Menschen umgegangen wird und wirklich eine Verletzung in Kauf genommen wird. Sehen wir heute, dass es 22 Polizisten sind, die teilweise schwer verletzt sind. Absoluter Wahnsinn, wenn man sich das mal überlegt. Die Situation jetzt hier am Rande des Parteitags heißt es, AfD-Politiker beißt Demonstrant. Und wisst ihr Leute, dass diese Schlagzeile eben so aussieht, wie die Bild es nun mal hier haben möchte, ist dann Dreistigkeit nicht zu übertreffen. Man hätte vielleicht auch schreiben können, dass es hier wie bei dem Kandidaten beispielsweise heißt, AfD-Politiker wird von Demonstranten angegriffen und verteidigt sich, hätte ich noch erweitert. Aber hier, oder AfD-Politiker verteidigt sich gegen angreifende Demonstranten. Aber nein, und das ist wieder mal ein Paradebeispiel dafür, was hier eigentlich abläuft. Und dann heißt es nämlich hier, der Stefan Hardy, der ist 67 Jahre alt, der Mann, aus dem Wahlkreis Neuss in NRW, stieg aus dem Wagen. Warum? Aus dem Auto raus. Er ist nicht mehr vorangekommen, er wurde komplett zu 100% blockiert. Einfach jede Menge Leute, die auf der Straße standen und er konnte nicht richtig anreisen. Ist dann ausgestiegen und filmte die Szenerie mit seinem Handy und ging weiter zu einer Absperrung. Ich weiß nicht warum, was er da genau geplant hat. Und auf einmal fängt ein Gerangel an und er stürzt zu Boden oder wird zu Boden gebracht, eher gesagt. Und dazu muss man wissen, das ist ein ehemaliger Elite-Polizist. Hier, wir sind in Herrn Hardy auch im Bild, von der GSG 9, ist aber mittlerweile schon 67 Jahre wohl alt. Und dementsprechend, wie kann man gegen einen älteren Herrn mit solch einer Aggressivität, einer Gewalt vorgehen? Das ist unfassbar, wie dreist da manche Kandidaten unterwegs sind. Ich bin schockiert von dieser Gewaltbereitschaft, die auf unseren Straßen in Deutschland offensichtlich herrscht. Und dann wurde er getreten, maximal drangsaliert und hier mit den Beinen auch in den Schwitzkasten im Hals genommen. Und dass er dann natürlich versucht, aus dieser Situation rauszukommen. Und was willst du dann machen? Du kannst um dich schlagen und alles und wenn sich dann nichts tut, ja, dann hast du halt deine Zähne. Also ganz ehrlich, verurteile den Mann für diese Tat absolut nicht, auch wenn der Kandidat jetzt hier einen kleinen roten Fleck am Bein hat. Ja, so what? Es ist keine Fleischschwunde oder ähnliches. Einfach nur unfassbar, was hier passiert. Ich finde es wirklich ganz, ganz schrecklich, wenn man sich das einfach nur mal belegt. Ihr könnt es für euch gerne mal unten in die Kommentare gerne reinschreiben. Und so ein Bild sagte der Herr Hadi, Zitat, jemand hat mir von hinten in die Wade getreten. Ich bin gestürzt und hatte dann drei oder vier Leute auf mir drauf. Der Mann, dem ich dann in Notwehr ins Bein gebissen habe, hatte mich zuvor ins Gesicht getreten. Dann kam die Polizei und hat mich befreit. Ja, Leute, nochmal, absoluter Wahnsinn, was hier passiert. Du kannst es dir nicht mehr ausdenken, mit was für einer Brutalität hier vorgegangen wird. Nur noch schlimm. Ich hatte bereits gerade den Fall von gestern ja auch angesprochen bezüglich der verletzten Polizisten. Und wir sehen jetzt hier Polizisten verletzt Dritte, als sie schon am Boden lagen. Und das ist ein Verhalten, das ist mit null Worten zu akzeptieren, tolerieren oder sonst etwas. Also wisst ihr, Leute, man hat sich immer mal geprügelt. In der Schule, in der Freizeit oder sonst was als Jugendlicher und so weiter. Aber in den 80er, 90er und auch Nullerjahren noch lief das doch anders ab. Wenn jemand um den Boden liegt, dann hat man den liegen lassen. Vielleicht hat man sogar, wenn es am Schulhof war, die Hand gereicht und gesagt, ja komm, ich bin der Stärke, du hast den Kampf verloren. Und dann war das Thema durch. Heutzutage, offensichtlich, wird richtig losgelegt, sobald jemand auf dem Boden liegt. Wir sehen es bei diesen zahlreichen Fällen, die wir in den letzten Wochen und Monaten mitbekommen haben, dass dann erst mal richtig aufgedreht wird. Wirklich unfassbar. Die Zahl ist sogar noch aktueller. Ich hatte 22 Polizisten gesagt. Es sind sogar 28 verletzte Polizisten. Nur vom Samstag alleine. Nach dem ersten Tag des AfD-Parteitags in der Essener Grugerhalle zieht die Polizei eine erste Bilanz. Es gab insgesamt 32 Gegendemonstrationen mit mehreren 10.000 Teilnehmern. Größtenteils verliefen diese friedlich. Und dann heißt es hier, hunderte Linksextremisten wollten mit Gewalt- und Störaktionen die AfD-Delegierten daran hindern, am Parteitag teilzunehmen. Deshalb musste die Polizei immer wieder Schlagstöcher und Reizgas einsetzen. Insgesamt wurden 28 Polizisten verletzt. Einer davon schwer. Ja, diese Nachricht ist auch wieder ein bisschen anders. Normal hieß es, es waren zwei schwer verletzt durch diese Kopftritte und ähnliches. Ich kann es euch nicht mit Sicherheit sagen, was es jetzt hier ganz genau ist. Aber jeder Einzelne ist davon von zu viel. Auch mit den leichten Verletzungen von den 28 Polizisten geht das Ganze zu weit. Dann muss man natürlich auch nochmal reingucken in die Grugerhalle. Was läuft denn da eigentlich ab? Wir wissen ja, dass der Tino Coppola mit sehr großer, deutlicher Mehrheit von über 80%, nämlich genau 83% gewählt wurde. Das ist ein ganz klares Statement für den Abgeordneten und 79% für die Frau Weidel. Und Tino Coppola hatte irgendwas um die 53% bei der letzten Wahl und 63% waren es nur bei der Weidel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dementsprechend eine deutliche Bestärkung ihrer Politik, ihrer Vorgehensweise. Das wird natürlich den einen oder anderen Hardliner nicht gefallen. Das ist klar. Aber wir sehen hier, plötzlich überholt Coppola sogar AfD-Superstar Weidel, wie es hier heißt. Ja, der Mann hat sich auch gemacht. Ich hatte ja extra nochmal ein Video dazu gemacht. Der sollte ja gestürzt werden, hieß es angeblich. Wir sehen nichts davon. Wir sehen nur eine ganz klare, eine massive Bestätigung dieses Vorstandes. Und ich bin gespannt, wie sie die Partei weiterhin führen und aufstellen werden. Interessant ist aber auch innerhalb des Parteitages, wenn wir jetzt hier nämlich in die Grugerhalle quasi reingehen, 9 Euro Flaschen ärgern die Delegierten. Wasserbucher beim AfD-Parteitag. Und klar, die Leute brauchen natürlich was zu trinken, die brauchen noch was zu essen und so weiter und so fort. Und jetzt sehen wir nämlich hier, was die Kosten sind, wenn man sich dort eine Liter Flasche Wasser, wie sie hier zu sehen ist, holt. Das ist dann hier, was ist das, Mineralwasser, Burgwallbronn, kenne ich nicht. Kostet 9 Euro eine Flasche. 0,4 Liter Cola, 4,50 Euro. Und eine 1 Liter Cola-Flasche auch 9 Euro. Also wirklich absoluter Wahnsinn. Und hier der Abgeordnete von der AfD, das ist der Emil Senze, der sagt nämlich hier, teuer wie nie, wahrscheinlich ein AfD-Zuschlag in Essen. Verschwörung oder Wucher. Er nimmt es hin, er hat sich hier eine Wasserflasche und eine Flasche Cola geholt. Und klar, man kennt sowas von verschiedenen Veranstaltungen von der AfD, weil man sie hat dann doch nicht rausklagen können oder ähnliches und ist dann hingegangen. Und bei brühender Hitze draußen hat man dann einfach mal die Klimaanlage drinnen abgeschaltet. Irgendwie gab es auch einen Vorfall bei einem Parteitag, das ist aber auch schon ein Jahr her, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass da dann etwas sehr, sehr stark Übelriechendes verteilt wurde, sodass du wirklich dich auch nicht auf die Arbeit dort konzentrieren kannst. Wir sehen, dass hier Sachen passieren, die sind einfach an Lächerlichkeit wirklich nicht zu übertreffen. Das ist schon sehr, sehr krass. Der beliebte Abgeordnete Gunnar Lindemann, der hat diese Kochshow, einige von euch werden ihn kennen, er sagt nämlich hier, der ist ziemlich erbußt wegen der Anreise, echt teuer geworden ist es. Die Taxifahrt vom Bahnhof hat mich wegen der Umwege 35 Euro gekostet, das kostet sonst 15 Euro. Er überlege nun, die 15 Euro Aufschlag der Stadt Essen in Rechnung zu stellen. Ja, da bin ich mal gespannt, das wird ziemlich witzig. Mal gucken, ob da zu was kommen wird. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, auch was heute am Sonntag dann ablaufen wird und hoffe inständig, dass den Polizisten vor allem und natürlich auch den AfD-Delegierten hier keine körperlichen Sachen passieren werden. Danke fürs Zuschauen, Abo nicht vergessen und ciao.